Ja, hallo, meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Call of Duty Ghosts. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was? Lärm hinter der Tür? Okay. Ja, im letzten Part wurde unser Vater getötet und, äh, ja, war nicht so stolz, war nicht so toll. Und wir müssen jetzt Rock töten. So, weg, weg, down. Sehr gut. So, Hashtag ist noch da, Merrick ist noch da. Ja, viele Ereignisse. Ja, okay. Kein Thema. Ja, wir machen das schon. Wie zu viele. Ey, elender Hund. Oh, scheiße. Ich hab grad Keegan abgeschossen, äh, war nicht sehr gut. Ja. Scheiße, Mann. Ja, was mach ich denn jetzt? Okay. Okay. Was? Was labern die da? Okay, nice. Los, mach ihn doch kalt. Alter, mach den kalt. So. Sauber. Der sagt nix mehr. Okay, und die anderen? Dass die sich, dass die, ja, unauffällig bleiben. Dass die sich nicht wundern, ne? Dass ihr Kollege weg ist, aber okay. Von mir aus, Rock. Bringen wir dich mal, ne? Ja, kein Thema, ne? Ja. Wahrscheinlich wollte er das auch. So, und jetzt? Wo? Okay. Wir werden nicht um sie herumkommen. Warte, bis sie näher kommen. Scheiße. Im Ernst? Ich hab keine Granaten. Seid ihr dumm? Ich hab keine Granaten. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Die meisten von denen hab ich immer mit Granaten weggesprengt. Ich hab keine Blendgranaten. Ich hab halt mal nix, ne? Aber ist ja egal. Wir können ja... Toll, nachladen. Ja. Super. Ähm. Was soll ich jetzt machen? Scheiße. Ja, Kontakt 30 Meter und alles, du. Hä? Wo ist der Typ? So, der ist auch down. Ey, was mach ich hier? Scheiße. Ja, toll. Ich werd auch beschossen. Hast du schon mal gemerkt? Ist der jetzt down oder nicht? Ich glaub ja. Ja, wir können runter. Sauber. Machen wir lieber so. Damit komm ich besser klar. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Mist. Von irgendwo her. Alter, du Bastard. Ey. Kannst du mal aufhören oder was? Ich hab nur noch wenig Munition. So, down. Danke. Ja. Super. Jetzt hab ich halt mal gar keine Munition mehr oder was? Ach, toll. Toll. Schön. Jetzt hab ich ein Gewehr. Auch nicht schlecht. Muss ja nicht schlecht sein. Ja, halt's Maul. Passt schon. Von wo? Das Kigen. Okay. Ja, von mir aus. So. Ich hab schon wieder keine Granate oder so. Toll, ne? Down. Warum geht der denn nicht kaputt? Versteh ich nicht. So, der ist down. Der ist auch kaputt. Der ist auch down. Scheiße. Gib mir mal deine Kackwaffe, Mann. Alter. Ich komm mit der Waffe nicht klar. Ja. Scheiße. Ich hab hier echt ein Problem. Wir haben ja alle ein Problem, Leute. Leute, wir haben hier ein Problem. Und zwar, dass wir Kackwaffen hier haben. Ey, hallo? Ich kann ja selbst mit der Pistole mehr machen. Na los. Geh down. Ist der down? Der steht noch, der Arsch. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Da vorne ist einer. Die können noch nicht mal richtig treffen. Und ich brauch unbedingt ne andere Waffe hier. Echt? Habt ihr nix? Ja. Die brauch ich mal nicht. Hau ab. Ich brauch hier eine. Ja, endlich. Endlich. Ich hab endlich ne vernünftige Waffe. So. Jetzt kann's losgehen. In der Army now, sag ich dazu nur. Was willst du? Alter, ich muss in Deckung gehen. Bist du dumm? So. Weg. Halsschlag aller getroffen. Der ist auch down. Dann der nächste. Ja, von mir aus. Oh oh. Von irgendwoher wurde ich jetzt wieder getroffen, ne? Ist halt echt nicht schön. So. Der ist auch down. Ja, ist ja gut. Mittlerweile kann ich hier echt gut zielen. So. Haben wir's? Sehr schön. Ich glaub, wir können jetzt einfach durchrushen. Komm mal her. So. Jo. Alles klar. Dann nehmen wir mal wieder hier meine Standardwaffe, ne? Und können weitermachen. So muss das auch sein. Jo. Kein Thema. Ja, wie? Wo ist Riley? Ja, scheiße. Wo ist denn Riley? Wo ist denn unser Hündchen? Ja, Hash. Geh doch mal. Geh doch mal weg, Mann. Hashtag. Geh doch mal weg. So. Renn noch mal was. Na, geht doch. Okay. Rein da. Los. Aufbrechen. Oh, wie doof. Das war klar. Das musste mir passieren. Das war so klar. Okay. Können wir? Los, rein da. Ja. Wir müssen fliehen. Scheiße. Wir müssen fliehen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Nach links. Oh mein Gott. Gas. Ja, ist ja gut. Ich mach doch schon. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich, das muss doch so passieren, oder? Scheiße. Logan! Logan! Alles okay? Lebst du, Merrick? Alles gut. Wir müssen weg, bevor die Helikopter wissen, wo wir sind. Wir müssen zum Strip schaffen. Finde ich einen fahrbar und guter Satz. Ganz achte. Da sind wir in der Unterzahl. Okay. Oh mein Gott, Riley. Nein. Nein. Riley ist tot. Oh mein Gott. Wer konnte damit rechnen? Ist doch wahr, Leute. Dass der Hund stirbt, ist doch sowas von klar gewesen, oder? Ich meine, dass der so elendig verreckt ist, ist jetzt ein bisschen doof, weil ich hatte mir schon ein bisschen was pompöseres vorgestellt, ne? Aber doch nicht so billig. Tut mir leid. Wie soll ich Riley tragen? Och Mann. Ja. Geil. Und jetzt? Kriegt der Hund noch einen Kopfschuss ab? Was ist der, Leute? Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Was ist der schlimmer als der Soldat James Ryan? Oh, scheiße. Was soll ich machen? Ja, ich muss Riley ablegen. Was soll ich machen? Ja, Granate. So, was machen wir hiermit? Zack. Noch einer da. So, das war's. Hey, von wo? So, Feuer. Ja, ich mach. Himmel, Arsch und Zwirn. Und jetzt? Ihr könnt den Typen doch da oben nicht... Ihr seid echt dumm. Ganz ehrlich, was seid ihr dumm? Ja. Toll. Und jetzt? Wo ist der Typ denn? Ihr werdet gerade von einem bekloppt... Ja, ich kann ihn nicht nehmen, du Arsch. Oh, ihr seid so dumm, ne? Was soll ich machen? Muss ich hier durch? Ja. Kacke. Hä? Wohin? Ach, da vorne. Okay. Wie, noch mehr Helis in Deckung? Wo soll ich in Deckung gehen? Alter. Komm mal her. Ich muss dich hier erstmal ablegen, Riley. So, down. Nein. Nein, nein, Riley. Wo ist Riley? Ich hab Riley verloren. Nein. Hör auf jetzt. Hör auf. Wenn du mich noch einmal triffst, du spaßt, ne? Scheiße. Riley, du bist echt gerade ein Klotz am Bein. Auch wenn du gerade am sterben bist. Ja, was soll ich machen? Hä? Wohin soll ich überhaupt gehen? Das ist ja noch eine ganz andere Frage. Ja. Mein armes Hündchen, hä? Ihr wollt mein Hündchen echt töten, oder? Ihr seid solche Penner. Ja. Super. Hier geht noch alles in die Luft. Geil. Geil. Ja. Und jetzt? Hol mich mal. Das ist schön. Yeah. Der sagt, ja, mein Hündchen stirbt. Scheiße, Mann. Ja, ich geh ja schon. Wir sind voll geladen. Oh mein Gott. Verstanden. Gute Arbeit, 2-0. Wenn ein Ghost getötet wird, legen wir seine Leiche mit dem Gesicht nach unten hin. Den Kopf in Richtung seiner Heimat. Seine Waffe neben ihm. Wir tun das damit die Gefallenen, wenn sie auf die andere Seite gehen, über uns wachen können. Und nach dem Feind Ausschau halten. Dad war tot. Nichts konnte daran etwas ändern. Aber Logan und ich, wir waren noch da. Die Föderation war noch da. Rock war noch da. Dieser Krieg war nicht vorbei. Noch lange nicht. Lieb wohl, Dad. Ich kann dich nicht ersetzen. Aber ich kann dich vertreten. USS Liberator. Hier Phantom 2-2 beim letzten Anflug. Verstanden, Phantom 2-2. Sie haben Landerlaubnis. Das Deck ist bereit. Merrick, wir müssen ihn kriegen. Ich will Rock. Negativ, Herrsch. Die Satelliten begeben sich in Position. Wenn sie online sind, kann die Föderation Ziele auf der ganzen Welt angreifen. Wie lautet der Plan? Wir riskieren alles. Auch unseren letzten Flugzeugträger. Wir steuern ihn direkt ins Herz des Föderationsgebietes. Wir greifen sie am Boden und in der Luft an. Alles oder nichts. Wenn der Angriff startet, brauchen wir ein Ghost Team am Boden. Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Hash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehörte ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich passe auf ihn auf. Alle Einheiten, die Moderation ist in unsere Luftraum eingedrohnt. Auf Station melden. Start-Alarm, Flugzeugabwand. Wir müssen helfen, das Deck zu sichern und einen Transport zur Satellitenfarm finden. Wir werden geentert. Wiederholen. Alle mal auf Position. Wir werden geentert. Wenn die Satelliten einsatzbereit sind, können sie uns jederzeit überall angreifen. Dann sind wir fällig. Wir müssen sie aufhalten und die Invasionstruppen absetzen. Okay, meine lieben Freunde. Unser Hündchen ist anscheinend doch noch am Leben. Habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Aber er sah ja wirklich aus, als wenn er kurz vorm Sterben wäre. Ja, wir haben jetzt die Maske unseres Vaters auf. Ja, wie das hier weitergeht, meine lieben, lieben Freunde. Das sehen wir in einem neuen spannenden Part von Let's Play Call of Duty Ghost Story Gameplay. Bis dann und ciao, euer Let's Play eGamer. Bis dann und ciao.